hallo 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 ich habe so ein bisschen was vor mit dir heute bin so ein bisschen geladen im positiven sinne denn ich würde mal gerne ich würde wirklich mal gerne bei einigen von euch hier wenn ich es dürfte aber ich darf es ja nicht es ist ja wir haben ja alle einen freien willen zu entscheiden aber ich würde so gerne bei einigen von euch hier format c im kopf machen format c hier auf der festplatte aber ich darf es nicht weil wenn ich format c machen dürfte bei dir dann würde ich mal gerne so diesen ganzen kram den dich der dich bislang immer noch denken lässt dass du gerade jetzt in dieser jetzigen krisenzeit wie auch immer man das nennen möchte ängste haben muss panik haben muss keine klaren gedanken haben darfst und 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 was so alles in unserem köpfchen davor geht aber ich darf kein format c machen wir haben alle den freien willen und wir dürfen uns immer wieder auf ein neues entscheiden wir dürfen immer wieder auf ein neues entscheiden lasse ich mich anstecken von dem ganzen kram da draußen oder steige ich ab von diesem pferd wie auch immer man das pferd nennen möchte und frage mich wie will ich selbst haben es ist jetzt vielleicht ganz harter tobak nur es ist immer eine entscheidung sei es bewusst oder unbewusst und bislang hast du dich vielleicht auf einer unbewussten ebene entschieden in der opferrolle zu sein unbewusst ist jetzt kein vorwurf ich möchte nur mal bewusst machen und so wie du dich bislang unbewusst dazu entschieden hast in der opferrolle zu sein so kannst du dich jetzt auch auch wenn deine situation noch so ausweglos zu sein scheint achtung auch wenn deine situation noch so ausweglos zu sein scheint du darfst gleich von mir bleibt bitte unbedingt dabei einiges an anregungen geben die die wirklich hochwirksam sind die dich wirklich mal dorthin bringen wo du hin willst aber achtung nur wenn du es denn auch wirklich machst wenn du es auch wirklich umsetzt und ich hoffe du kannst meine energie wahrnehmen dass ich dich wirklich mal wachrütteln möchte im herzen berühren möchte dass du zu den gewinnern gehörst dass du nur das allerbeste verdient hast dass du auch jetzt und gerade jetzt es verdient hast dir dein leben so zu gestalten wie du es wirklich möchtest und da entscheidend ist ganz entscheidend auch wie du ab jetzt in die welt da draußen guckst und du bekommst bitte von mir noch ganz 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 viel komprimiert jetzt dinge anhand ganz entscheidend ist wie du ab jetzt in die welt gucken möchtest raus und wenn du bislang noch diese brille hier auf hast wenn du bislang noch diese brille auf hast bitte dann zieh mal diese brille hier an wenn dein köpfchen dir jetzt sagt ja gut reden wie soll ich mir denn da draußen alles rosa rot und schönreden vielleicht bist du wie ich katholisch erzogen worden oder evangelisch oder oder wie auch immer religion spielt keine rolle also ich gehöre keiner religionsgemeinschaft mehr an weder der katholischen noch der evangelischen noch sonst einer ich gehöre keiner religionsgemeinschaft mehr an und dennoch gibt es in der bibel einen wahren satz nach deinem glauben wird dir geschehen das heißt und das das sind dinge da kommt doch unser denker unser verstand nicht mit und es geht bei dieser challenge ja hier um deshalb bin ich heute so energisch unterwegs es geht bei dieser challenge ja darum dass du rauskommst aus mangel und orientierungslosigkeit und wenn du weiter mit der brille hier in die welt rein guckst und nach dem tenor nach deinem glauben wird die geschehen von was wirst du denn mehr kreieren in der zukunft von was wirst du mehr kreieren und wem hilft das wirklich weder dir noch deiner familie noch deinem umfeld so und wenn du wenn das bis eben noch der fall war und du entscheidest dich jetzt diese brille aufzusetzen was wirst du denn dann in der zukunft kreieren meine liebe mein lieber ich sehe hier keine namentlichen zuschauer sonst würde ich dich gerne auch vom namen her begrüßen ich sehe nur dass zuschauer da sind okay bitte nimm das mal auf du gehörst doch definitiv zu den gewinnern du gehörst definitiv zu den gewinnern wenn du dich jetzt dafür entscheidest warum sage ich das so mit vehemenz dass sie zu den gewinnern gehörst als irgendwo mal ein sperma unterwegs war gab es hier irgendwo mal eine eizelle und die haben sich getroffen und daraus bist du doch entstanden das zeigt doch schon mal dass du zu den gewinnern gehörst sonst wärst du jetzt nicht hier und all diese gedanken die dich bislang noch denken lassen ich kann das nicht und trallala und sowieso noch ein beispiel zum alter von zwölf monaten hast du mal so eine entscheidung getroffen du hast geguckt rundum die laufen irgendwie alle auf zwei beinen will auch auf zwei beinen laufen und das hast du gemacht du hast tausende male versucht dich aufzurichten und laufen zu lernen bis tausende male hingefallen hast bittere krokodilstränen geweint aber du hast nicht aufgegeben du hattest das ziel auf zwei beinen aufrecht zu gehen ist dir gelungen richtig ja also mir ist noch niemand begegnet der ab einem gewissen alter nicht auch auf zwei beinen läuft und das bitte nimm doch das auch als beispiel mal wenn du etwas wirklich willst dann kannst du es auch erreichen das hast du auch schon mal gewesen so und wenn du jetzt wirklich dich dafür entscheidest und es auch wirklich willst mit allen ebenen deines seins hier mit der brille zu gucken und dir mal klar drüber zu werden oder dass du jetzt ganz viele kompakt dinge von mir mitbekommen heute dass du auch mal dich auf diesen weg begebst wo steht bitte geschrieben dass du dann nicht ankommst dass du nicht jetzt deine lebensaufgabe entdeckst deinen seelenplan entdeckst daraus deinen seelenberuf kreierst damit du dir nie wieder sorgen um finanzielle dinge oder sonst irgendetwas machen muss weil es geht auch letzten endes wenn du deinem herzen folgst authentisch du bist authentisch du bist was du eigentlich in deinem kern bist wo wir uns aber nicht mehr daran erinnern können weil da so viele schleier über uns gelegt wurden als wir das licht der welt erblickt hatten mit der gut gemeinten erziehung einschließlich mir selbst das war für mich war es ein ganz ganz langer weg dahin zu kommen wo ich jetzt bin aber das muss für dich nicht so sein du kannst es schneller haben du kannst es wirklich schneller haben und du willst ja eigentlich in deinem kern auch ein anderes leben dir gestalten sonst wärst du ja nicht hier in der gruppe und jetzt geht es einfach im ersten schritt mal darum dir bewusst zu machen dass was ich eben gesagt habe du gehörst definitiv zu den gewinnern und du kannst dich jetzt dafür entscheiden die opferrolle zu verlassen und bewusst die täterrolle zu übernehmen im sinne von tätig zu werden in deinem leben um in die handlung zu kommen um zu gehen so jetzt fasse ich mal noch mal zusammen was ich so gestern und vorgestern auch noch mal hier so als tipp weitergegeben habe und wirklich wirklich dazu einladen das zu machen wie komme ich überhaupt dazu mir hat heute morgen also mich haben heute mehrere mails erreicht die im postfach auch gelandet sind auch hier über facebook über messenger wo ich nehme jetzt nur mal ein beispiel raus wo mir jemand geschrieben hat die schon anfang 60 ist von der mindestrende jetzt lebt also total abhängig jetzt ist vom sozial amt zum beispiel und da kommen natürlich gerade in der jetzigen situation noch mehr existenz ängste auf und dann geht so dieses ganze kopf kino los so sehr also ich würde total gerne meinem herzen folgen wird total gerne wissen was meine lebensaufgabe entspricht meinem seelenplan aber 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 ich bin jetzt zu alt und das funktioniert ja nicht und ich habe kein geld zum investieren und tralala und keine ahnung was da alles so im kopf ich will das gar nicht wiederholen um diesen dingen gar keine energie zu geben schau mal das sind alles dinge die du jahrelang in die richtung gedacht hast jahrelang hat es dich in diese richtung denken lassen und wie wäre es wenn du dir das jetzt bewusst machst dass du dir auf diese art und weise jetzt diese realität die jetzt nun mal da ist erschaffen hast und wie wäre es wenn du jetzt ab sofort anfängst dir bewusst zu werden wo willst du denn jetzt weiterhin wo willst du jetzt weiterhin weiter in dieser opferrolle sein oder willst du die täterrolle im hinblick von taten folgen lassen die dazu führen dass du dorthin kommst wo du eigentlich hin willst so und manchmal da gehörte ich früher auch dazu wenn ich so revue passieren lassen ist man da einfach so in mit sich selbst gefangen und sieht wie sagt man so schön vor lauter wald vor lauter wald die bäume nicht oder so irgendwie so jetzt würde ich dich dazu einladen weil wir anschließend jetzt hier ein blatt papier zu holen und dir im ersten schritt mal aufzuschreiben was in meinem leben will ich denn nicht mehr also wenn du schon so in der richtung geprägt ist und so viele dinge schon über dir liegen dass du schon gar nicht mal quasi in anführungsstrichen klar denken kannst wo willst du denn überhaupt ende des jahres stehen dann bitte geh mal ins brainstorm mit dir und schreib dir mal all die dinge auf die du künftig in deinem leben nicht mehr haben will sei es geldmangel sei es gesundheitlicher mangel sei es eine unerfüllte partnerschaft sei es die jetzige wohnsituation in der du dich befindest was auch immer bitte schreib einfach mal alles auf was du nicht mehr haben willst dann hast du schon mal die liste die du nicht haben willst und dann wandelst du das einfach um kann auch sein panik attacken es können existenz ängste sein egal was schreib bitte einfach mal alles auf okay so und dann kehrst du das um holst ein neues blatt papier gehst punkt für punkt durch und kehrst das um dann weißt du was du in deinem leben haben willst okay also dann hast du schon mal die liste die du in deinem leben wirklich haben willst der nächste schritt ist dann zu schauen was sind die dinge die dir wirklich freude bereiten die dir wirklich freude bereiten und da geht es auch darum sich zu lösen von den gedanken damit kann ich doch kein geld verdienen doch kannst du du darfst nur wissen und darfst nur erfahren wie kommen wir hier auch noch dazu aber nicht jetzt heute sondern im laufe der nächsten tage deshalb wäre es so wichtig dass du hier regelmäßig auch wirklich mit dabei bist um dir die anleitung zu holen die ich hier mit dir teile okay dann geht es jetzt wie gesagt im nächsten schritt darum dass du dir mein blatt papier holst und aufschreibst was sind die dinge die mir wirklich freude machen wenigstens 50 bitte wenigstens 50 was sind deine talente wofür interessierst du dich schau mal in dein bücherregal welche bücher hast du da in erster linie welche bücher liest du schau mal auf dem youtube kanal welche youtube kanale hast du abonniert wo du dir ständig input holst was dich interessiert welche zeitschriften lest du wo bist du auf facebook in welchen gruppen bist du auf facebook unterwegs wo du dir inspirationen holst aber aber wo du vielleicht auch content lieferst also geht da bitte mal ins brainstorming mit dir dass du mal so ein repertoire an dingen hast die dir freude machen die dir spaß machen wo du einen schritt schon weiter bist als andere da draußen schau auch mal in deinem computer was hast du da schon an online kursen besucht gekauft oder pdf dateien runtergeladen oder auch ebooks gekauft zu welchen themen wo hast du dich schon weitergebildet einfach so zwischendrin was dir überhaupt nicht bewusst ist wo du dir wissen angeeignet hast wo du aber einen entscheidenden schritt mehr wissen hast als alle da draußen oder viele da draußen nicht alle aber viele und genau die die das wissen nicht haben denen kannst du doch jetzt ein beitrag sein und dann gebe ich dir jetzt schon mal was mit an hand was eigentlich erst etwas ist für ein bisschen weiter fortgeschrittene aber du kannst es jetzt schon machen und es ist wirklich immens wichtig dass du es auch machst und zwar unser gehirn denkt ja in bildern unser gehirn denkt in bildern und mit diesen bildern werden gefühle auch ausgelöst deshalb geht es darum dass du dir jetzt schon wenn du dir die dinge aufgeschrieben hast wie willst du es haben dass du diese liste auch mal durch gehst und da auch gefühlsmäßig reingehst und damit dein unbewusstes schon mal fütterst wie so ein navigationssystem das dich nämlich dann auch dahin führt gefühlsmäßig in diese einzelnen dinge reingehst und dir vorstellst wie das da schon ist wenn du das und das erreicht hast wenn du in der neuen wohnung wohnst wenn du keine existenzängste mehr hast wenn du keinen geldmangel mehr hast wenn du in einer glücklichen partnerschaft bist und 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 also alles was du aufgeschrieben hast wichtig punkt für punkt durchgehen und dann dir gerne auch den satz formulieren auch das machst du am besten schriftlich ich bin so froh und dankbar dass ich und dann formulierst du weiter diesen satz aus zu deiner idealen ja zu deinem idealen leben ich bin so froh dankbar und glücklich dass ich jetzt eine neue wohnungseinrichtung habe ich bin so froh dankbar und glücklich dass ich jetzt 50.000 euro auf meinem konto habe ich bin so froh dankbar und glücklich dass ich 50.000 euro bar zur verfügung habe oder 10.000 euro oder was auch immer nimm den betrag den der jetzt in deinem bewusstsein da vorstellbar nicht unbedingt vorstellbar ist nimm einen betrag der vorstellbar ist und den multiplizierst du am besten mal drei dann hast du einen betrag der schon mal ein bisschen höher gesteckt ist okay ich bin so froh dankbar und glücklich dass ich endlich den partner an meiner seite habe der wirklich zu mir passt was auch immer also zu jeder formulierung wie du es haben willst ich bin so froh dankbar und glücklich und dann gehst du vom herzen mit dem gefühl da rein damit du dein unbewusstes mal in eine andere richtung auch fütterst und lenkst wie navigationssystem okay und dann gebe ich dir jetzt noch was mit auf den weg wenn du so vom vom kopf vom verstand vom denker her geprägt bist der selbst verhindert dass du auch hier jetzt ins handeln kommst und das wirklich schriftlich machst es geht nicht darum einfach nur das zu denken bitte 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 mach es schriftlich ich möchte dass du wirklich raus aus diesem diesem mangel und dieser orientierungslosigkeit kommst ich würde dich gerne wach rütteln so dann nimmst du mal noch ein blatt papier ich habe hier einen block nimm gerne ich habe ja jetzt nur gerade meinen block hier liegen nimm gerne einen großen einen großen din a4 block machst da so einen t rein und da teilst das und dann schreibst du auf die andere seite auf die eine seite ich zeige es dir gleich so dann schreibst du hier hin auf die also von dir aus gesehen auf die linke seite warum dies nicht geht und auf die andere seite schreibst du gründe warum es geht also spiegelverkehrt hier zu zeigen okay also von dir aus gesehen auf die linke seite schreibst du warum dies nicht geht und auf die andere seite gründe warum dies geht also dein ideales leben rauszukommen aus mangel rauszukommen aus wie heißt das im fachjargon rauszukommen aus grundsicherung altersgrundsicherung ich weiß ich weiß genau wie es dir da gerade geht meine mutter war auch abhängig von alters grundsicherung oder wie man das da nennt ja okay ich weiß wie es geht wie es ist so dann machst du hier so einen zettel warum es nicht geht gründe warum es geht und in diese spalte wo du hingeschrieben hast worum warum die es nicht geht da machst du bitte ein großes x damit du nicht in die versuchen kommst da dinge hin zu schreiben und in diese energie hinein zu tauchen sondern du füllst bitte nur auf der seite hier aus gründe warum es geht finde gründe warum es gerade jetzt für dich möglich ist und dann gehst du da einfach auch mal ins brainstorming und so sehr dein kopf dein denker da auch rebelliert und wenn du mal da hockst und du findest überhaupt keinen grund dann nimmt das einfach auch mal wahr nimm es einfach mal wahr und denke es ist interessant dass jetzt nichts kommt lass dir zeit und bleib vor dem blatt papier hocken und schreib einfach mal du wirst gründe finden die sicherlich zunächst mal utopisch sind aber schreib es einfach mal auf und dann kümmern wir die nächsten tage hier dran ein ok wenn du noch fragen hast ins kommentarfeld gerne reinschreiben ich gehe gern drauf ein hab freude und leichtigkeit und spaß da dran bitte hab freude leichtigkeit und spaß da dran du kannst das du bist ein geschenk für die welt du hast es verdient und gerade auch jetzt darfst du dir erlauben zu den gewinnern zu gehören ok meine liebe ganz liebe umarmen bis dahin wir sehen uns ciao ciao präsch auf ab 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 ab